Glück auf Shutter zum Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mag kein Gambler im Hintergrund, denn ich möchte meine Kamera noch ein bisschen testen, die mich die nächsten Tage treu begleiten wird. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich werde dieses Jahr nämlich das erste Mal auf der Gamescom sein. Ich kann nur sagen, Gamescom 2015, ich komme. Ich freue mich einfach tierisch drauf, einmal auf der Gamescom zu sein. Ich habe nicht viel geplant, der ein oder andere stand, möchte ich natürlich auf jeden Fall besuchen, aber ansonsten werde ich einfach mal dieses Feeling mitnehmen und ja, einfach mal schauen, was mich so erwarten wird. Ich möchte mich mit diesem Video auch nochmal bei Leuten bedanken und zwar zum einen bei den Yannick, der mir die Gamescom Tickets versorgt hat. Ich werde nämlich von Mittwoch bis Samstag da sein. Ich habe von Mittwoch bis Freitag Fachbesuchertickets. Vielen Dank an dich, Yannick, dass du mir dabei geholfen hast, dass ich an die Tickets rankomme. Zum anderen möchte ich mich natürlich auch nochmal bei Team Nextchan bedanken. Ich werde die Jungs auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde nämlich von Mittwoch bis Samstag bei den Jungs im Haus pennen. Also die haben so ein ganzes Haus gemietet und ich freue mich einfach mal drauf, die Leute zu treffen, weil die echt korrekt sind im TS. Und ja, ich bin auch gespannt, was danach noch gehen wird, nach der Gamescom, was wir so machen werden. Ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich für euch aufzunehmen, dass ich euch dann ein, zwei geile Videos zusammenschneiden kann. Und ja, in diesem Sinne auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Team Nextchan. Ja, der dritte im Bunde ist natürlich der Tyro. Ich habe es auf Facebook ja schon mal geschrieben bzw. einen Poster dazu gemacht. Vielen Dank an dich, Digga. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn er hat mir nämlich die Gamescom T-Shirts gemacht. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Ich habe es auch nochmal hier. Und zwar hier einmal das, was ihr auf Facebook vielleicht schon mal gesehen habt, Gamescom 2015. Und hinten, wie soll es anders sein, natürlich das Wichtigste drauf. Ich finde es richtig schick und ich freue mich auch einfach drauf, dass ich auf der Gamescom, ja, mein eigenes T-Shirt habe, hier ist das andere. Vielleicht geht es auch mal irgendwann in den Shop, ich weiß es noch nicht. Da steht halt Black Iams drauf, statt Gamescom 2015. Ja, und hinten natürlich nochmal, ja, so wie sie es halt gehört. Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie überheblich oder sonst irgendwas klingen. Ich wollte einfach für mich ein T-Shirt haben. Vielleicht zieht es auch der eine oder andere und spricht mich deshalb mal drauf an, weil ich kein Abo treffen oder sonst irgendwas geplant habe. Bin ich einfach zu klein dafür. Wenn ihr natürlich sagt, hey Blackie, ich würde dich gerne mal treffen oder einfach mal mit dir über die Gamescom laufen und so weiter, ist kein Problem. Wie gesagt, ich werde versuchen, immer mal zu posten, wo ich gerade bin, wenn es halt funktioniert mit dem Internet dort. Und ansonsten, wenn ihr mich seht, einfach ansprechen. Ich weiß nicht. Ja, das soll es auch eigentlich wieder zu dem Thema gewesen sein. Ich weiß noch nicht, mit wem ich dort sein werde. Sicher ist auf jeden Fall, dass ich mit dem Yannick über die Gamescom laufen werde und natürlich auch mit den Jungs von Team Next Gen. Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass ich den Magic treffe und natürlich auch den Saiyan. Saiyan ist auch ein richtig korrekter Typ. Wird auch natürlich unter der Videobeschreibung verlinkt sein. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er macht richtig geile Videos. Und er ist auch so ein Typ, der echt korrekt und nett ist, der immer irgendwie ein offenes Ohr hat. Ich hatte ja jetzt nicht so viel Zeit für meine Videos und so weiter. Dann habe ich ihn einfach angeschrieben. Hey, Digga, hast du mal irgendwie geile Musik für den Hintergrund? Und dann hat er gesagt, na klar, hier hast du ein bisschen Musik. Und er wird mir dann auch dabei helfen, Twitch richtig einzurichten, wenn ich ab Black Ops 3 streamen will. und ja, das muss einfach mal erwähnt werden. Wie gesagt, viele Grüße an dich sein und danke für deine Unterstützung immer. Ja, ich werde das Video jetzt auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt, ich bin auf jeden Fall extrem gehypt, freue mich mega auf die Gamescom 2015 und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach da, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, lag auf Logisch von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imas. Tschüss.